Derek Hello gentlemen! Herzlich Willkommen hier zum neuen Projekt throwing Andiamo mit Cherry Blade Das was cool Knapp. Knapp. Do not press that. Tratsch. Do not press that. Jedesmal wenn du da drauf drück, tötest du einen armen Villager. Ach scheiß drauf, bist du ne Konkörper. So Leute. Ich würd sagen, bevor wir jetzt hier lange zuschauen wie Shekhy alle Leute tötet, geh mir mal hier drauf. Welcome to Fadeout Adventure Map by Super Tri D. Okay, schön. Lass mich hier reinspringen. Er ist da. Oh, Checkpoint, guck mal, guck mal. Warte mal, warte mal. New Checkpoint, warte, test ihn. Ja, er geht. Okay, ich würd sagen, damit wir hier nicht die ganze Zeit diese blöden Nachrichten bekommen, de-ob ich mich mehr schnell. Also, ich bin nicht der Herrscher. Okay, jetzt sind die auf. Ja, ich hab ja eh das Weblayout, weil jetzt kriegen wir die blöden Nachrichten nicht mehr. Und jetzt lese ich doch mal kurz vor, was ich grad gesagt wurde. Hallo, Jim. Wir haben dich nicht hier so schnell erwartet, aber... Wir müssen die Fahrzeuge holen und bei der Regeln... Das ist mein einziges. Also lass uns mit einem einfachen Jump'n'Run anfangen. Viel Glück. Einfach. Es ist alles einfach. Äh, ich krieg irgendwie trotzdem die Nachrichten. Tür brennt. Weg am Checkpoint. Ja, ja, ich verbrenne jetzt hier. Oh, scheiße, 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 scheiße. Brenne. Ich bin... Ich bin... Ich bin run to das. Fängt ja gut an. Der Brandtück. Wo ist denn hier raus? Mh? 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 Oh, schade. Bist zu weit weg. Woah, woah, woah. Gott, jetzt rass. Das Problem ist, wenn du einfach in diese blöde Lava kommst, kannst du nicht mehr raus. Vor allen Dingen hier, dann wirds immer. Oh, geil. Entweder jetzt schon beim ersten Traveled Run hier fail. Nein, 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 nein. Gute Nacht, Sherry! Und zwar ist das hier eine Map mit Boss-Fights, ein paar Kurs, wie man hier schon sieht, Puzzle, Jump and Runs, also alles ist hier dabei. Jetzt wird es so springt, so zurückschlagen, das wär's. Nein, das wär's nicht. Was? Click for Question. Oh geil, jetzt ruft mich einer an. Yeah, Party-Time. Also ich würd sagen, ich blende an der Stelle noch mal ganz kurz, hier auf der Arbeit mit Sherry Play telefonieren kann, und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder. Grad als die Pause war, kam hier eine Nachricht, und zwar die Nachricht, ich habe Angst, dass meine Minions euch wegen eurer Dummheit fangen. Also frage ich euch ein paar einsfache Fragen, und ihr solltet ihr lieber nicht falsch beantworten. Also fangen wir mal, Click for Question. Was? Wie viele Arten von Bäumen gibt es in Minecraft 1,7 Plus? Äh, warte mal, 5 oder 6. Eichel, Birke, Fichte, dann die dicken Bäume. Ja, die Jogelholz, die Dach auch gut, und die Akase. Das war jetzt 6, glaub ich, oder? 6. Aber fein. Nächste Frage, Click for Question. Wie viele Erze? Gold, Eisen, Kohle, Diamant, und Wildstone. 5. Äh, 7 oder 8, müsste es sein. Äh... Was? Latis haben wir vergessen. Ich denk mal, es sind 7. Äh, 8 sind es bestimmt nicht. Hm! Dangerous stupid! Oh, no. Es sind doch 8. Scheiße. Nein! Es kommt davon, wenn man so stupid ist wie wir. Nein, nein, nein! Nein! Verdammtes sei mein Tier. Aber eigentlich muss es ja nur einer von uns schaffen. Weil ich drück jetzt hier einfach auf, Sex. Ja, geil, ich steppe wieder. Oh, hier steht sogar die Antwort. Okay, es müssen 8 sein. Gut. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Okay, klicken halt. Structions for bot. It's a maze. Just run into a random direction. Also wir sollen einfach kurz und quer hier durchrennen. Ach, das ist ein Larrer Rind auf gut Deutsch. Bei mir ist es nicht. Bei mir sind... Einige Satgassen aber ansonsten. Was? Was? You lucky bugger. Komm hier runter. You lucky bugger? Äh, wo bist du? Wo ist dein Name? Wo ist dein Name? Ah, da drüben. Da, da. Nein, umdrehen. Da, da. Ist richtig. Da. Wo? Hier, hier. Die Portion of Players. Okay, jetzt wollen wir alle die nächste Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint, checkpoint. Okay. Backlip. Wuii. Wuuu. Oh, hier steht was. Wir sollten die Schilder lesen. Wir sind... Wir dürfen alles behalten, was wir einsammeln. Okay. Haben. Wir sollen auch runtergehen zum Boden, um einen Creeper auf die Pressure Blade fallen zu lassen. Hä? Womit sollen wir? Get to the bottom. Ein Creeper-Kopf vielleicht? Ja. Ich glaub auch. Da vorne ist ein Distant. Ich glaub, wir sind wirklich so ein Creeper-Kopf hier drin. Können wir eigentlich alles abbauen? Ja. Oh mein Gott. Das ist ein Clanger-Man-Run. Hehehe. Unsere Spezialität. Hab wir ja vorhin gesehen. Oh mein Gott. Und jetzt? Schmeiß den Creeper-Kopf auf die Pressure-Plate. Da ist keine Pressure-Plate. Da! Über dir ist ein Knopf. Über dir ist ein Knopf. Drück drauf. Jetzt ist ein Creeper in der Pressure-Plate. Gut, jetzt ist die Tür da hinten offen. Ah. Oh, da kann ich den ja wieder anziehen. Ja, genau. Äh. Aber ein Geist will natürlich aussehen wie ein Skelett. Das ist so geil. Du bist so ein Creeper mit Ohrdingern drauf. Okay, los. Wir meinen, dass wir es schaffen zu unserer Frau. Nein. Das werden wir nicht. Oh! 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 Okay, run, run, run! Oh! Haben noch eineinhalb Herzen. Zwei. Ich rege. Ach du Scheiße. Jetzt. Ich hab' den Scheißen. Oh! Ich hab's geschafft. Wow! Ich bin beim Runterfall gestorben. Weil die Creeper mich auf den Boden geworfen haben. Sonst hätte ich's jetzt auch geschafft. Okay, letzte Versuch. Komm, jetzt muss ich's schaffen. Jetzt sind eben hier eh keine Creeper mehr. Alle tot. Aber ich hab drei Gunpowder eingesammelt. Checkpoint. Oh nein, ich hab's nicht. Du, meine wurden bestimmt gesetzt. So. Ja, stimmt. Okay, wenn wir mit anderen Leuten spielen, sollen wir hier auf sie warten? Gut. Wir haben auf sie gewartet. Los geht's. Ja, so vielmehr ich aber lieber. Oh nein, wir müssen in den Öfen gucken, ob irgendwo was drin ist. Okay, ich fang hier an. Auf jedem Level ist ein Button. Auf jedem Level ist ein Button. Also auf jedem Stockwerk. Es gibt mehrere Stockwerke. Nein. Boah, bestimmt hier so ganz riesig in einer Ecke. Ich mach mal die untere Reihe. Das geht schneller, wenn wir einfach eine... Ja, ich hab einen. Brauchen wir noch einen? Ja, hier geht's nur nach oben und unten. Also ich geh mal hoch. Oh, hier geht's nicht hoch. Ich geh ganz runter. Ja, okay. Ich fang mal wieder mit der obere Reihe an, wenn's grad die untere war, dann ist es bestimmt jetzt die obere. Oder hier bei mir ist die obere. So darf man nicht denken. Nein, nein, nein. Es ist bei mir die obere und bei dir die obere. Ich glaube, wenn man versucht hier logisch zu denken, braucht man längst einfach sinnlos irgendwelche Öfen öffnen. Da, ich hab einen! Gut, jetzt fehlt nur noch einer hier auf dem Stockwerk. Also die obere Reihe hab ich geguckt. Mach du mal die untere. Geht das eigentlich komplett außenrum? Ich meine Ahnung. Ja, tut's. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon einmal im Kreis, aber ich mach's sicher, als weiße, weil ich immer noch diese Wande hier nochmal. Hier kann einer, nein. So, gut, dann mach ich bitte. Ich hab ihn. Okay. Los, nach oben. Wie ihr schon in einem von unseren Videos angekündigt habt, spielen wir jetzt eben eine Adventure, ne? Für alle, die es immer noch nicht geblickt haben. Erster Knopf. Oh. Hier gewinnt. Zweiter Knopf. Schlapp. Ach du Scheiße, ein Daumen. Schlapp. Schlack. Oh nein, wir müssen irgendwelche Zombies spielen. Oh, der liegt für uns. Schlapp. 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 Oh, der spricht sogar mit uns. Er hat 20 Rotten Flasch, um uns laufen zu lassen. Ja. Ich glaube, er zwei Stück wird. Ich glaube, da oben müssen wir rein. So. Gehen wir dann so. So. Der ist schon tot. Ich hab's. Okay, du kannst nicht mehr mit uns. Dann, dann kann ich ja gerne mal eine Flasche entkommen. Ich bin jetzt ein Hafer. Ich bin jetzt ein Hafer. Wenn ich die Hafer nicht noch eins 911 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 So, ich glaube ich mache lieber den Sound von dieser bösen Kreatur ein bisschen leiser. Zwei haben wir. Vier haben wir. Da kommen wieder welche. Ich will gar nicht. Ja, der muss halt, weil der eine Helligkeit auf Bright stellt. Hab ich schon. Ich habe auch noch mal vier. Ich würde auch gleich sterben, weil ich nicht mehr regeneriere. Michael fragt gerade bei mir. Oh, ich bin tot. Ich kann nie hack Michael und bin tot. Siehst du es immer noch nicht, oder was? Was denn? Ist bei dir immer noch dunkel, oder was? Ja, ich habe jetzt alles einfach mal hochgestellt. Komm schon an. Wir beide einfach mal kalt und warten. Ich glaube unser größtes Problem werden die Jumpin' Runs werden. Habe ich so im Gefühl. Oh mein Gott, die machen fast Kugel. Ja, viel geil. Ja, wache ist er ja auch. Die haben ja alle Schwerter. Deswegen sollten wir auf den Holzdingern drauf bleiben, würde ich sagen. Oh ja, die machen drei Hütze. Ich habe schon sieben und du? Ja. Komm, warum springe ich gar nicht? Das ist auch nicht schlecht. Ich renne einfach nach unten, ne? Haben sie geschafft? Ja. Jetzt kämpfe ich mal wieder von dem Baumstamm hier. Das ist glaube ich am Geschick. Oh, mein erstes Schwert ist kaputt. Hier hast du noch eins, oder? Ja, ich habe noch eins. Wow, 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 wow. Alter, wenn die dich einmal runter von diesem Baumstamm haben, bist du tot. Ja, das war ich noch. Alter, du Idiot. Ha, dafür hab ich wieder einen Rottenflash eingesammelt. Haben die irgendwie eine Comments gemacht, dass sie wirklich gar noten? Oh, der hat eine Karotte getrunken. Ja. Jetzt habe ich schon 14. Hast du 6? Nein, ich habe 5. Ja, dann kommt den hier noch. Jetzt haben wir genug. Nein. Doch, ich habe 16. Warte. Uh, lecker eine Karotte. Das habe ich Karotten. Also Fleisch. Gib mir leid. Der braucht 20 Stück. Die geben wir ihm doch gleich mal. Da müssen wir aber 21. Uh, das ist ein Knut. Und hinter. Oh nein. Dörst du Alrighty. Bin ich gespannt. Di